Seid gegrüßt und willkommen zurück zu Resident Evil Village. Wir spielen hier die Erweiterung Shadows of Los und dann würde ich mal sagen legen wir los. Let's go! Okay, mal schauen, was uns in diesem Part uns erwartet. Überall hier die riesen Puppen zum Schlafzimmer gehen. Die hat hier ein paar Messer im Bauch und eine Axt im Schädel. Ich glaube, dort sollte ich nicht ins Licht kommen. Genau, sie darf uns nicht sehen. Das wird ja wohl hier kein Problem sein. So, und dort wird wahrscheinlich wieder ein Kern sein, den wir lösen müssen, vielleicht. Aber ich weiß es nicht. So, ich muss erst mal gucken, wie sich hier die Puppen verhalten. Okay, es sind zwei. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier ganz nach links. So, mal schauen, wie ihr Ablauf ist. Und da oben ist auch noch einer. Okay, das wird ein bisschen schwierig. Wenn ich hier reingehe, dürfte die mich doch gar nicht sehen, oder? So, sie sieht mich erst mal nicht. Ein bisschen hell hier. So, ich versuche jetzt mein Glück mal hier irgendwie hochzukommen. Aber. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich musste mich auch ein bisschen aufpassen auf die da unten. Und da oben ist so ein Kern. Okay, ich muss wahrscheinlich irgendwie da rüberkommen. Da wird wahrscheinlich so ein Brett liegen. So, und ich kann die Fähigkeit nur einsetzen, wenn ich stehe, ne? Okay. So, somit ist der Weg eigentlich frei. Also, ihr könnt hier theoretisch runterspringen. Weil ich auch machen werde. Und mich hier drinnen verstecken. So, und jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Okay, wir warten noch mal einen Moment. So, jetzt können wir. Müssen erstmal hier ein bisschen geduckt bleiben. Okay, jetzt können wir wieder. Da oben ist auch noch ein Kern. Schaffen wir das überhaupt da oben? Jawohl. Noch ein Stück. Aber da sind überall Puppen. Wir bleiben erst mal in Deckung. So, die sehen sehr beschäftigt aus. So, jetzt ein bisschen aufpassen. sich nicht erwischen lassen. Irgendwas machen. Ja, man könnte die da mal schnell ablenken. Dann haben wir das Problem auch schon mal gelöst. Und wir können in Ruhe weitermachen. Weil ich bin immer ein bisschen vorsichtig, weil, wie gesagt, noch nie gespürt. Diese Erweiterung hier. Und da ist man sowieso immer ein bisschen vorsichter. Also vorsichtig. So, da sind schon mal zwei Kerne. Und ein Haufen Puppen. Ich muss nur an ihm vorbei. Ja, ja. Mal ein bisschen... Äh, ist zu weit weg, ey. Shit. Oh, ich hoffe nicht. Ich muss da hoch, ey. Hm. Dort könnte ich mich auch verstecken. Genau da drin, ey. Ja, schon riskant, was wir hier machen. So, weil die sind dann nämlich beschäftigt. Und ich kann dann nämlich den anderen Kern hier befreien. Diese Puppen-Universum hier. Ja, und da erwartet mich wahrscheinlich Geschwadrkroßet. Okay, alles klar. Oh Mann, ich wollte gerade losrennen. Der Klub-Rennen ist doch keine gute Idee. Wir werden erstmal schön langsam... Okay, das bedenken wir mal hier rinzwischen. Zum Schlafzimmer gehen. Das Haus erkunden. So, sie geht nur gerade aus. Aber da sind nämlich auch überall Puppen. So, warte mal. Also... Dort kann ich rein gar nichts machen. Ah, er kann mir schon denken, wie... Ja. Ah, shit. Das war doch zu feierlich. Okay, passiert schon mal. Aber wir sind erstmal durch. Ich hab schon gewusst, wie man da vorbeikommt. Weil da war so ein Lichtkegel. Lichtschatten. Und da hätte ich eigentlich durchspazieren können. Ja, aber nicht so. Ei, ei, ei. Ich bin... Oh, ich kann nichts herstellen. Das ist natürlich mega schlecht. Okay, wir regenerieren uns. Das wird immer interessanter hier. So, jetzt ist mal gucken, wohin die läuft. Oh, shit, ey, shit. Das war auch nicht gut. Okay, jetzt ist schon wieder etwas besser. Entspannter. Ich hab's mir ein bisschen leichter vorgestellt, aber... ...ist okay. Was mag ich? Sie ist ein Monster. Hey! Sie hat unheimliche Kräfte. Genau wie ihr Pater. Deshalb hat sie überhaupt keine Freunde. Hört auf! Du weißt, das ist wahr. Das stimmt nicht mit ihr. Sei nur, sie hat Angst. Nein. Sie hat Angst, was auch hier werden könnte. Hört auf! Hört auf, hört auf, hört auf! Hört auf! Hört auf! Hat die echte Sack mit uns stimmt irgendwas nicht? So, jetzt sehen wir aus. Ein kleiner Marathon hier. Ist doch alles verdammt groß hier. Genau. Seid still. Seid still. Seid still. Seid still. Seid still. Meifel. Ich halte das nicht mehr lange aus. Warum reden Sie von meinem Dad? Ich kenne ihn nicht mal. Nein. Keine Ahnung. Ich weiß gar nichts über ihn. Ich würde es gern. Ich weiß nur, er ist für mich gestorben. Manchmal frage ich mich, wie mein Leben gewesen wäre, wenn er noch da wäre. Hätte er mich Fahrradfahren gelehrt? Hätte er mir Hausaufgaben gemacht? Mir Geschichten vorgelesen? Wäre er für mich da gewesen? Stolz auf mich? Wenn ich nicht weiter weiß oder Angst habe, stelle ich mir vor, was er zu mir gesagt hätte. Hoppala. Entschuldigung. Wo sind wir? Fühlt sich vertraut an, als ob ich schon mal hier war. Das ist nämlich dein Zuhause hier. Zu erledigen. Wohnzimmer dekorieren erledigt. Wein kaufen. Ins Esszimmer stellen. Check. Zusätzliches Geschenk für bloß. Ins Arbeitszimmer. ist versteckt. Sieht wirklich schick aus. Ich bin so dankbar, euch beide zu haben. Diese Stimme? Ist das... Dad? Hier muss ich als Baby mit meinen Eltern gewohnt haben. Genau. Genau. Efenwinter. Sie ist so winzig. Kaum zu glauben, dass sie eines Tages alt genug sein wird, mit ihrem Papa anzustoßen. Dad stand also auf Wein, hm? Leckerer Wein. Leckerer Wein. Bei dem Song schlägt sie immer im Takt mit. Vielleicht wird sie Musikerin. Ob Dad ein Instrument gespielt hat? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Davon kann sie einfach nicht genug kriegen. Ich wette, ich musste nie lang nach der Flasche schreien. Aber ein Vorteil hat das. Wir waren alle mal dort dran. Jeder. Ja, nicht jeder, aber... der Großteil. Seh dich in Ruhe um. Take your time. Rose ist super wählerisch. Sie will nichts außer Früchtebrei. Ich habe mir schon immer Obst gemocht. Ich kenne es immer noch unter Mr. Hip. Aber es heißt hier Mr. Hopp oder es heißt nur Hopp. Copyright lässt grüßen. Hier sind auch schicke Bilder. Die wir uns angucken können. Partyhut. Dicker Fernseher. Klavier. Viele, viele Pflanzen auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall sehr schön dekoriert. Kinderwagen. Ja, das sollte eigentlich ein Spiegel sein, warum da jetzt ein Vorhang ist. Ähm, ja. Hier hat alles angefangen. In Resident Evil Village. Oh, Maschallah. Schickes Bad. Wenn das echt Marmor ist, ey, dann geil. Ja, das sollten die Spiegel sein. Warum man sich da drin nicht spiegeln kann, ist mir bis heute auch noch ein Rätsel. Das ist eine ganz besondere Melodie für uns. Das kenne ich irgendwoher. Ist schön. Das war am Anfang, das spürt es auch sehr schwierig, die richtige Reihenfolge dort hinzukriegen. Das war nicht so einfach. Habe ich hier geschlafen? Na, warte mal, bevor wir dort rein spazieren. Ich glaube hier hinten war noch eine Tür. Ivan, vergiss nicht, dass Wurst am zweiten sechs Monate alt wird. Ich mache einen richtig guten Kuchen. Also wehe, du isst ihn nicht. Und nur, dass du weißt, ich werde ab jetzt zu jedem besonderen Anlass einen Kuchen backen. Bitte schieß viele Fotos für unser Familienalbum. Stylische Ecke, ey. Lässt dich sehen. Oh. Das ist hier eine kleine Rumpelkammer. Sieht man hier ein Datum? Leider nicht. Ich glaube, das ist das Schlafzimmer hier. Weder sind die gerade eingezogen, oder die machen hier irgendwelche Aufräumarbeiten. Kleiner Minibötschirm. Schöne Beleuchtung hier. Da war das Bad. Dann gehen wir mal. Oder ist das hier das Schlafzimmer? Und das andere war nur eine Rumpelkammer. Oder ist das hier das Kinderzimmer und Schlafzimmer? Bücher. Süßes Bild. Schublanschlüssel. Ein Brief an mich? Alles Gute, kleine Rose. Mein Geschenk ist ein Versprechen. Ich bin immer für dich da. Was auch passiert. Ich werde jedes Jahr da sein, wenn du deine Geburtstagskerzen ausbläst. Ich werde dir Frühstück machen und dich jeden Tag zur Schule bringen. Ich werde da sein, wenn du schlecht geträumt hast und dir vorsingen, bis du wieder einschläfst. Ich werde dich umarmen, wenn du Kummer hast und dir sagen, dass alles wieder gut wird. Du bist mein Ein und Alles. Vergiss das niemals. Dad. Niemand liebt dich. Nein. Michael. Michael, hilf mir. Michael. Nein. Nein. Weißt du was? Dieses Ding, das du suchst, ist nicht hier. Du hast den reinigenden Kristall nicht? Natürlich nicht. Für den musst du tiefer gehen. Viel tiefer. Anna Rose. Sie kann niemandem trauen. Warum tust du das? Niemand liebt dich. Und wenn du stirbst, wird niemand um dich trauen. Also sie hat arg Probleme. Schade, wir hätten das andere noch begutachten können, ey. Aber gut, okay. Wovon redest du, verdammt? Oh nein, 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 nein. Bald nicht der richtige Weg. Shit. Okay. Auf ein neues. Nee, irgendwie geht er da nicht lang. Nee, irgendwie geht er da nicht lang. Also es muss einen anderen Weg geben. Okay, alle guten Dinge sind drei. Du verdammt. Komm dich an. Du bist absolut nichts wert. Was ist dein verdammtes Problem? Keine Ahnung, ey. Ah, halt mir schon beinahe nach, dass das der falsche Weg war. Oh nein, nein. Oh, ich hab das nicht gesehen. Fuck. Oh, was ist denn hier los? Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Oh, ey, hier wirst du verrückt, ey. Stirb, stirb. Komm, 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 komm. Mann, und jetzt halt deine dumme Fresse. Junge, 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 ey. Zweimal verkehrt gerannt und fast das dritte Mal Hauptsache. Evelyn, die kommt mir auch bekannt vor. War die nicht schon mal ein Resident Evil 7? Wir können immer noch nicht raus. Aber ich hab mal richtig Bock auf abzuhelfen. Benutz deine Kräfte an ihr. Wenn sie schwach ist, kann ich helfen. Wenn wir gegen Evelyn kämpfen, dann würde ich sagen, speichern wir hier erstmal ab zur Sicherheit. Ich mach eine kleine Verschnaufpause. Wir bedanken mich schon mal für das Zuschauen. Und sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Runde wieder. Also, haut rein und bis dann.